Ich bin Galine Thüroff von ON3 und 25 Jahre Münchner Subkultur ist das Motto beim Kongress dieses Jahr und darüber wollen wir mit euch reden. Am ON3 stand im Foyer der Kongresshalle, wir haben da so eine Kiste aufgebaut, wir nennen sie die ON3 Kongressbox und da sollt ihr rein, wir wollen eure Meinung und zwar auf Video. Was bedeutet euch Subkultur überhaupt? Wo findet ihr Subkultur in München und in Bayern und wie findet ihr die bayerische Musikszene? Erzählt uns das, in der Kongressbox ab Mittwoch, da sehen wir uns.